Jo, 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 was geht, was geht, was geht ab? Und damit morgen kann man einen Shop-Video-Leg hier auf Video-Besuch-Forschuss. Ja, Leute, wie ihr da schon in Sand und auch in Tilden erkennen könnt, ist der neue Shop-Leg da. Heute machen wir uns so gegen 23.10 Uhr, ich weiß, sonst kommt immer um 23.30 Uhr. Aber ich sag, wenn es mir besser geht, machen wir natürlich ein Shop-Leg-Video. Und zwar, was morgen in den Shop reinkommt am 26. in den 3.21 Uhr ist. Da ist es dann drei Sonderangebote. Ich bin doch jetzt momentan ein Sonderangebot. Weil wenn ich hier mal kurz auf YouTube gehe, für euch ist es ein kleiner Cut. So, dann bin ich auch wieder am Start. Und zwar, ich sag, ich sag, wo was? Schlechten, naja, so halbwegs schlechten Item-Shop. Dann soll ich mal hier den Sand ausmachen. Weil ich seht hier ein Sonderangebot. Und zwar, das ist hier Snake-Eye. Ich bin mal gespannt, was als Snake-Eye wird, glaube ich, bleiben. Dann kommt, glaube ich, schon wirklich endlich draußen, glaube ich. Ich gucke nochmal hier auf Twitter. Täglich und zweimal vorgestellt, aber ein Sonderangebot. Ihr seht hier bei Sonderangebot. Ich bin ein Snake-Eye. Ich frage mich, was reinkommen wird als Sonderangebot. Lass uns überraschen. Wie gesagt, das war's auch schon wieder von dem Shop-League-Video hier. Ihr seht hier, mach mal groß. Seht hier ein, also das ist ein Paket. Ich glaube, dann wird ein Akku-Paket, ähm, das ist ja das neue. Dann wird das natürlich hier verschwinden. Der Buschwein, der wird natürlich auch gehen. Ich glaube, der geht nochmal nach ganz unten. Wenn nicht, dann, äh, sage ich es euch. Und zwar, warte, ihr habt es gesehen. Es ist schon ein wirkliches Paket, das wir gehen und dafür sogar noch zwei neue Sonderangebote. Und ich frage mich nur, was das sein soll. Ich hatte es auch mal hier auf meinen Twitter-Account gepribelt. Damit ihr sehen könnt, ich hab, ähm, 15 Follower. Ich hatte es auch mal hier getweetet. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne mal auf Twitter folgen. Und die Quellenangaben, die werdet ihr vielleicht euch auch noch nennen. Aber dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Der Bus geht raus. Dann würde ich sagen, schlaft gut und bis morgen. Gucken, was reinkommt. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.